Arbeitet ihr den ganzen Tag hier drin? Ja, das tue ich. Oder draußen eher? Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Traumene sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt. Für Balgru und den Älteren. Es ist eine Überraschung. Ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird. Aber könntet ihr das Schwert zu meinem Vater, Proventus Aveniki, bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Ja, klar, warum nicht? Wir müssen eh in die Richtung. Was könnt ihr mir denn so über Weißlauf erzählen? Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem Hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Mäthalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Okay, was habt ihr denn so zu verkaufen? Die besten Waffen und Rüstungen. Die besten? Das klingt natürlich schon nicht schlecht. Den Pelz behalte ich mal, weil ich daraus vielleicht Leder machen kann. So, was hat sie denn nun wirklich? Erstmal Eisenpfeile. Ich kaufe alle Eisenpfeile, die sie hat. Jagdbogen der Ermüdung? Hm. Wie gut war mein Bogen? Okay, es ist auch ein Jagdbogen, also müsste ich den auch erst verbessern. Und der ist sehr teuer dafür, dass er fünf Ausdauerschaden verursacht. Und dann Stahlschwert gegen meine, gegen das kaiserliche Schwert ist das tatsächlich ein Tick besser. Aber, uh, Stahlpfeile sind auch nicht schlecht. Aber es wäre halt nur einer. So, und was hat sie hier? Beschlagene Rüstung. Habe ich auch schon verbessert. Schilder brauchen wir nicht. Ah, eigentlich brauchen wir Pelzstiefel und Lederarmschienen. Die, wartet mal, sind die sogar besser? Stiefel sind ein Tick schlechter, aber die Lederarmschienen sind besser. So, weg damit. Und hat sie noch ein bisschen Leder oder so? Hat sie tatsächlich... Ich denke mal so... Drei Leder sollten mir reichen. Dann kann ich das alles noch verbessern, was ich habe. Ähm... Nicht auch drinnen reinzuschauen, falls sie etwas braucht. Okay. Ja. Zack. So. So. Mehr kann ich nicht verbessern, oder? Hier noch irgendwas zu tun? Nee. Okay. Sie meint ja, drinnen hätte sie noch bessere Sachen. Dann gucken wir mal. Ob die Kriegsmaid hier drinnen wirklich bessere Sachen zu verkaufen hat. Vielleicht ein schönes... Naja, sie hat ja schon ein Schwert eigentlich. Ach, hier ist auch noch jemand anderes. Gucken wir mal. Willkommen in der Kriegsjunker. Stahlzweihändler, natürlich. Lass dich nicht vom Namen abschrecken. Wir haben auch für kämpfende Männer genügend Stahl. Ähm... Hallöchen. Wir haben kleine und große Waffen, Streitkolben, Dolche, alles auf Lager. Dumme Frage, aber wer hat in Weißlauf das Sagen? Jarl Balgrouf, der Ältere. Ein durchaus ehrenwerter Mann. Hat mir oder meinen Verwandten nie etwas Unrechtes getan. Na dann. Für ihn ist es gerade bestimmt eine schwierige Zeit. Mit all den Kämpfen und Drachen. Aber Balgrouf ist ein zäher alter Nord. Er kommt damit zurecht. Gut. Ähm, ja. Scheint aber, als hätte er dasselbe zu verkaufen. Wer schmiedet eure Waffen und Rüstung? Das ist schon klar. Ja. Draußen, in ihrer Schmiede. Der Laden ist nach ihr benannt. Kriegsjungfer. Kriegsjungfer. Den Spitznamen hat ihr Vater ihr als Kind gegeben, weil sie damals schon mit Schwertern gespielt hat. Oh, gut, dass sie noch beide Hände hat. Aber unsere Waren sind gut und die Preise gerecht. Das zählt. Ja, das mag wahr sein. Was habt ihr denn so? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Na, Dietrich würde ich auch gerne noch kaufen. Ja, oh. Na, der hat tatsächlich bessere Sachen. Erstmal noch mehr Eisenpfeile. Vielleicht sollte ich auch ein paar... Wie teuer sind die? Ja, komm, kaufen wir die ganzen Stahlpfeile auf. Normalen Stahlschwerter sind genauso gut, ne? Selbst wenn ich die fein machen würde, wären sie nicht besser. Aber der Jagdbogen des Funkenschlags... Oh, der ist so teuer. Hm. Zehn Punkte Blitzschaden und halb so viel Magikerschaden ist allerdings wirklich wertvoll. Machen wir das mal. Und ich meinen Jagdbogen verkaufe. Und... Sonst hat er hier nicht... Doch die Pelzrüstung des niedrigen Knappen. Wow. Steigert die Fertigkeit leichter Rüstung um zwölf Punkte. Das klingt doch fast sinnvoll. Wie gut ist meine? Naja, okay. Sie ist allerdings... Ich weiß jetzt nicht, ob sich das lohnt, die leichtere Rüstung um zwölf zu steigern, ob das mehr wert ist. Wir lassen das erstmal. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich noch Lederstreifen habe. Werden wir ja gleich sehen. So. Äh, hier drauf. Nee, Moment. Drinnen gibt es noch mehr. Hier. Schleifstein. Okay, uns fehlt der... Der Lederstreifen, den machen wir mal schnell. Zack. So. Okay. Ja. Oh. Hier fehlt das Talent. Das ist natürlich schade. Aber auch nicht so schrecklich. Denn der macht jetzt trotzdem irgendwie doppelt so viel Schaden wie der andere. So. Favorit. Dort schnell noch... So auf zwei legen. Und dann geht's auch los. Hier wird nicht rumgetrödelt. Okay, rein hier. Zu betrunkenen Jäger. Gucken wir mal, ob wir hier was erfahren können noch, bevor wir weiter durch die Stadt schlendern. Tavernen sind ja meistens so der richtige Ort, um das herauszufinden. Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen früh. Ist noch nicht so viel los. Naja. Können wir erstmal ganz entspannt mit dem Wirt reden. Irren dir. Hallo, mein Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Woher kommt denn der Name, trunkener Jägersmann? Ja, diese Frage höre ich des Öfteren. Mein Bruder Anoriad und ich kamen darauf, nachdem wir eines Nachts etwas zu viel Met getrunken hatten. Ah, okay, das passt. Danach sind wir noch auf eine nächtliche Jagd gegangen. Oh. Wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen Zustand hat mein Bruder mich für einen Hilf gehalten. Er schoss einen Pfeil auf mich, der mir dann im Hinterteil stecken blieb. Autsch. Nach diesem denkwürdigen Abenteuer hatten wir den richtigen Namen für unseren Laden. Oh. Hey, immerhin was Positives ist rausgekommen. An wen kann ich mich wegen einer Arbeit wenden? Versucht es bei Hulda, der Wirtin der beflagten Meere. Einfach die Straße hoch, in der Nähe des Markts. Ihr solltet es auch in Drachenfeste versuchen. Es ist so viel los, dass der Jarl oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Oh, okay. Okay. Dankeschön. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Klinge und Schubmung, Stille und Tod, das sind meine Künste. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Ich glaube, da könnten wir jemanden anheuern. Furcht und Reue sind mir gänzlich unbekannt. Wenn ihr meinen Sold bezahlt, werden wir gemeinsam jeden Feind vernichten. Seid ihr ein Söldner? Ja. Ich bin eine Künstlerin, die auf der Leinwand des Lebens in blutroten Farben malt. Ja. Ich kämpfe gegen Bezahlung an eurer Seite. Wozu soll man denn auch Kunst schaffen, wenn sie niemand mehr betrachten kann? Ein andermal vielleicht. Wenn ihr eure Meinung ändert, findet ihr mich hier. Okay. Bewegt euch immer in Schatten, damit ihr eure Feinde seht, bevor sie euch sehen. Hier oben. Schöne Tür. Und äh... Okay. Hier können wir definitiv nicht schlafen. Das ist nicht wirklich ein Gasthaus, so wie es aussieht, oder? Na doch, das wäre doch hier ein Gästbett, aber irgendwie kann man hier nicht schlafen drin. Na gut. Dann gehen wir mal zurück nach Weißlauf. Okay. So. Hier waren wir schon. Das gehört auch... Ne, das gehört hier nichts dazu. Breeze Home... Äh... Windheim. Laues Lüftchenheim. Hallöchen. Oh, äuferlich schwach. Der Schicksal ja ein andermal, hm? Teeblätter. Hand lesen. Ein Blick in die Kristallkugel. Ohoho. Wie wäre es mit einer Trepanation? Was? Was für ein Zeug? Ich glaube, ich bin allergisch gegen die... ...gegen die Blumen hier. Oh Mann. Olava soll wohl eure Zukunft deuten, ja? Tut mir leid, aber ich bin gerade nicht in Stimmung. Oh, okay. Okay. Muss sie auch nicht. Ähm. So. Weiter Richtung Markt, hat er gesagt. Ich denke mal, wir sind... ...wir sind auf dem richtigen Weg. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages tun. Okay. Okay, sie geht aber einfach... Ist hier, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Alle sind vom Tod besessen. Dann beeilt euch. Okay, Hallöchen, John. Seid gegrüßt, Reisender. Was führt euch nach Weißlauf? Ich bin auf der Suche nach meinem Glück. Ich bin hier, um euch auf jede erdenkliche Art zu helfen. Nein, ich bin nur auf Durchreise. Ich suche nach meinem Glück anscheinend. Ah, ihr seid also auf Gold aus. Ah, ja, auch ein bisschen. Fragt einfach herum. In Weißlauf gibt es eine Menge Leute, die viel zu reich und fett sind, als dass sie irgendwas selbst erledigen würden. Da bin ich ja gerade dabei. Äh, ihr lebt also hier? In der Tat. Schon mein ganzes Leben lang. Wir Kampfgeborene waren von Anfang an hier. Zusammen mit den Graumänen. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft. Doch Ulfric Sturmmantels Aufstand trieb einen Keil zwischen uns. Jetzt können wir einander kaum noch ansehen, ohne in Streit zu geraten. Einfach lächerlich. Es heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Und das? Ja, das ist ein echtes Problem. Gibt es irgendwo Arbeit für mich? Ich weiß nicht, ob sie Mitglieder suchen. Aber ihr solltet mal mit den Gefährten reden. Die sind drüben in ihrer Halle. Jo, was? Wenn ihr mit Arbeit meint, eure Waffe in blutigen Schlachten zu erproben. Und wo man hier was trinken kann, wissen wir eigentlich schon. Das ist wohl die wichtigste Frage. Aber ja, ist es. Sucht die beflagte Meere auf. Geht zur alten Hulda, die sorgt dafür, dass ihr im Mäd schwimmt. Aber seid auf der Hut vor dem Baden Mikael. Der Kerl ist ein eitler kleiner Milchtrinker. Warum mögt ihr ihn denn nicht? Eine Schande für die Baden-Zwünsche. Oh. Wir Nord haben eine lange Tradition als Kampfpoeten. Ich bin stolz, mich zu ihnen zählen zu dürfen. Mikael hingegen. Der singt nur für Gold und die Gunst der Frauenzimmer. Er entehrt unsere Traditionen. Oh. Okay. Na hoher. Brenuin? Ich habe nichts getan. Okay, seid ihr immer betrunken? Biergänge, ja. Hä. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Hey. In der beflagten Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Bringt sie mir. Die werden das nicht mal bemerken. Kommt schon. Äh. Nein. Ich werde eure schlechte Gewohnheit definitiv nicht unterstützen. Dann haben wir nichts mehr miteinander zu bereden. Okay. Wunderbar. Erwachen. Ihr seht aber wirklich müde aus. In der beflagten Meere sollen noch bettenfrei sein. Was? Warum schaut ihr mich so an? Carlotta Valentina. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Bereitet euch jemand Probleme? Dieser Bade Mikael. So wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflagten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Oh, wow. Okay.